Yo, yo, ihr Zocker! Willkommen zurück zu GTA Online! Ich bin der DuddyFly und mit dabei sind die anderen beiden Bekloppten aus Serious Sam. Ja, wir sind heute auch mal ganz serious hier vor unseren coolen, geilen Karren. Denn wir machen heute eine Tuning-Folge. Die wurde ja schon öfters gewünscht. Der AF ist auch hier, fährt ein bisschen rum. Aber der hat leider keine Ahnung, was du jetzt machen. So, ja, wir haben gedacht, wir nehmen mal unsere geile Karren und motzen die jetzt mal so richtig fett auf. Aber sowas von. So richtig Pipp-Ma-Ride. Genau, richtig. Und am Ende fahren wir irgendwann aus dem Los Santos Customs raus und... Moment mal, kann immer nur einer da rein? Ich weiß das gerade gar nicht. Nee, ich glaube, wir können alle da rein gleichzeitig, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, doch, das müsste eigentlich gehen. Genau. Wir fahren... Was soll man... Soll man Zeitlimit eigentlich machen? So fünf Minuten oder so? Und dann fahren wir alle raus und die Zuschauer müssen entscheiden, welche Karre geiler aussieht. Ja, okay. Ja, würde ich sagen. Hört sich gut an. Ja. Ja. Also wir haben dann so übelste Brecher-Karren, wenn man da rauskommt. Das sieht man doch im Hintergrund. Also meine Pinke vor allem, die sticht sowas von raus. Da hebst du dich sowas von der Masse ab, ja. Ja, klar. Also von der pinken Karre distanziere ich mich, äh... Wirklich. Oh, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Hey! 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 So, dann gehen wir mal zu unseren High-Class-Cars, ne? Und... Los geht's! Und da sitzt auch schon! So! Auf geht's! So! Ab geht's in den Familienurlaub! Hey, der mittlere war meiner, Mann! So, jetzt... Hey, hallo! Ja, ich gehe ja schon. So, der Power-Ausher-Fade-Spray. Ach, Mann, ey! Oh, sieht das schön aus hier. Fahren in den Sonnenuntergang, juhu, juhu! Boah, das ist eine ultraschnelle High-Speed-Karre hier auch. Oh ja, oh ja. Ich bin auch schon ein bisschen überladen. Ich glaube, die Reifen drücken schon die Felgen runter. Hey! Was macht ihr da? Das sind zwei Garagen. Ach, wie geil ist das denn? Jo! Jetzt können nur zwei da rein. Jetzt wird verschwunden. Wie Fahrzeug reparieren. Willst mich verarschen? Da ist doch alles kaputt, ey. Muss ja ein ganzes Fahrzeug, ne? So, muss ich ja auch Geld ausgeben. Ja, aber das Ding panzern war natürlich. Ach so, sollen wir mal sagen, fünf Minuten oder was jetzt hier? Ja, ja, ja. So, jetzt. Ja, ab jetzt. Man kann ja keine Stoßstangen ändern. Eine kurze Frage. Tunen wir Leistung auf oder nur aufs Aussehen? Ach, keine Ahnung, ey. Du hast doch eh kein Geld. Ja, aber das reicht. Weißt du, wie sagen die hier, das reicht? Reicht nicht. 85.000, ey. Überleg mal. Allein für bessere Panzerung. 60% zahle ich 12 Mille. Ja, aber ich bezahle nur 4,5 für die Panzerung. Ja, weil du wahrscheinlich nur 20% machen kannst. Ja. Ey, aber jetzt ist das natürlich doof. Jetzt sehen die Zuschauer natürlich nur das Auto von dessen Kanal sie schauen. Deswegen am besten alle Kanäle gleichzeitig öffnen und das Video starten. Genau. So. Da bräuchte aber drei Monitore, ne? Ah, ne Quatsch. Ah, ne, ne. Ja, kann auch Tabs in einem separaten Fenster aufmachen hier. Ah, gut. Das tut auch wieder. So, ich kann bei dem Wagen übrigens fast gar nix tun. Was? Hier ist doch jede Menge. Ne, nicht wirklich. Ja, die Frage ist halt wirklich, ähm, puh. Oh, zack, hier. Scheinwerfer. Komm, dat mach ich ja mal. Oh, Pearl-Effekt. Ne? So. Pearl-Effekt? Pearl? Pearl-Effekt? Kennst du noch den Pearl-Haber-Effekt? Hihihihi. Hihihihi. Ach, ich wollte doch mein eigenes... Ich wollte doch mein... Ich wollte doch mein eigenes Nummernschild noch machen. Ach, verdammt. Ach, hör auf. Du glaubst dir doch eh keiner, was da steht. Ach komm, dat ist doch ja herrlich hier, wie dat aussieht. So. Die tiefer geleckte Kerl. Kommt da auch noch drauf. Geil. Boah, Alter, sieht das geil aus. Straßengetriebe. Yeah. Turbo? Wie? Ich kann kein Turbo einbauen. Ach, Mann. Machen wir den eigentlich jetzt zu unseren eigenen schon? Ja, hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Ja, komm mal, ich auch mal hier. Ich hab keinen Platz in der Garage. Was? Peilsendo? Ja, ich hab schon zehn Wagen. Ach, haste. Ja, haste, haste. Haste. Hahahaha. 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 Jetzt, jetzt so die übelsten Felgen hier drauf, ey. Hahahaha. Was meinst du, wo ich grad bin? Hahahaha. Alter, das sieht, das sieht nicht mehr... Ach, das geht gar nicht. Also hier kann man aber jetzt nicht wirklich viel machen optisch, ne? Ist das... Ne, aber ist ja, ist ja egal. So sieht trotzdem gut aus. Naja. Ja. Ja. Panzerung, ey. Ich mach den voll fett Panzer hier, Alter. Alter, rein damit. Hahahaha. Rinn damit. So. Fenster. Natürlich das geilste, der geilsten überhaupt hier. Nur das Beste, der Beste. Komm hier, sowas dropp. Kann man eigentlich... Geländewagen? Ah ne, sieht scheiße aus. So, lass mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Hat eigentlich jemand die Zeit gestoppt? Oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ne? 2.30 haben wir gestartet, wir sind jetzt bei 5.10. Also... Okay. Zwei Minuten knapp vorbei, gerade gleich. Wurde ich mich jetzt beeilen, weil ich... Ich fang schon wieder an zu sabbern gerade. Beim Tunen. Hahaha. Jiii. So. Ja, ich weiß grad nicht hier... Nein, das kann ich nicht machen. Ach... Fuck. Fuck. Dann nehm ich das hier so. Oh, doch farbentechnisch kann man einiges machen. Scheiße. Ja, das ist richtig. Ja. Ach komm. Wenn man schon so ne Karre hat, dann muss das auch so was sein, ne? Ja, muss. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, was du meinst, aber ist gut. Ja, natürlich das Assiste überhaupt. Assiste überhaupt. So, die konnte man auch irgendwie einfärben, die Felgen, ne? Oder? Ja, unter Felgen an sich kannst du's machen. Felgenforben, ne? Yeah. Bimpi, bimpi. Bimpi, bimpi. Bimpi, bimpi. Bimpi, bimpi. Bimpi, bimpi. Kann ich nicht... Wenn du ein Rallye-Rennen gewinnst. Ach, dich doch. Ich bin fertig. Soweit. Was? Ich hab doch gesagt, du kannst nix machen. Ja, aber ich... Alter, ich muss hier eine schöne Farbe haben hier. So. Voll Adi. So. Fertig. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? So. Da ist er. Ähm. Ähm. Wir sind noch Zeit. Ja, 1,10 etwa. Wir treffen uns da vorne, wo die anderen Pimp-Karren stehen, ja? Ja, ja. Ach, keine Ahnung, ey. Ich kann leider... Kann man bei dem... Kann man bei dem... Dieses untere Holz wegmachen? Habt ihr das gemacht? Hab ich auch schon geguckt. Das ist ja voll Adi. Ja, ne? Scheiße, unsere Karren sind... Ach so, ja. Scheiße, unsere Karren sind weg. Nee, wieso? Die sind doch noch da. Na, die kommen ja gleich wieder. Kann man ja rufen. Ja, das... Ja, ich hab den ja zu meinem persönlichen Fahrzeug jetzt hier gemacht. Scheiße. Äh, äh. Ach ja, stimmt. Ja, klar. Verschwinden hier. Mann, die Karren sieht scheiße aus hier. Ich find das doof, dass man diese... Dieses Holz nicht wegmachen kann. Irgendwie hatte ich vor. Ja, ja, ja. Ey komm, mach mal so. Mach mal so. Huch, hier geht ja mal das Q-Emblem. Wahnsinn. Hö? Wo? Lackierung? Ach ja. 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 25.000! Hä? Nö. Da bleib ich... Ah Leute, wir müssen raus. Wir müssen aufhören. Ja. Ich fahr raus. Ich hab leider nicht wirklich viel geschafft, aber ich glaube, dafür sieht die Karre richtig kacke aus. Ja, meine allerdings auch. Warte mal. Aber lässt sich auch jetzt nicht besser fahren irgendwie. Nö. Nicht wirklich. Bei Nacht sieht man das auch nicht so toll. Ja. Ah. Super. Ja. Hm. Mein Gepäck ist übrigens weg. Ich weiß nicht warum. Diebstahl in der, in der, in der Werkstatt. Gibt's ja nicht hier, ey. So. Ja genau. Stellt euch mal so schräg zu mir. Ja, warte, warte, warte. Muss ich mal eben machen. So. Und mach da Xenon mal an. Ich hab kein Xenon. Machst du nicht? Nee. Das geht doch aus, sobald du in, äh, Dings bist, ne? So, dann gucken wir uns die Karren mal von vorne an. Hm. Also ich find meine Felgen ja, ah ne, vom Fly, die sind auch geil. Also von hier aus sieht das so aus, als hättet ihr beide dasselbe gemacht. Ja, ne? Irgendwie, ne? Nur ich heb mich wieder von der Wasser ab. Aber du hast die langweiligsten Felgen. Du hast nämlich gar nix. Quatsch. Das sind doch keine langweiligen Felgen. Guck dir die an, ey. Das sind Brecherfelgen, ey. Also das sind Felgen zum Brechen, ne? Ja, aber bei Tach müsste man die auch nochmal sehen, ne? Ja. Sag mal, Fly, was blinkt eigentlich an deinem Wagen so verdächtig? Das ist, das ist die, ähm, neue Diebstahlsperre. Die ist jetzt mit dem letzten Patch gekommen. Hm. Ja. Ach die, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Hab ich den Menüpunkt? Doch, doch. Hab ich aber dezent übergangen mal wieder. Ja. Wie immer. Habt ihr meine, meine, meine geilen Felgen überhaupt mal gesehen? Ja. Hab ich ja grad gesagt, deine Felgen. Ja, ja. Voll geil, ne? Ach, das ist ein Dollarzeichen. Geil, ne? Hahaha. Ist richtig auf Ami... Alter. Und ich hab's überlebt. Ich stand direkt daneben und ich hab's überlebt. Ja, erschreckt mich doch nicht so hoch. Hahaha. Wie AF hat mich ausgeknipst. Was hat denn hier? Hahaha. Hahaha. Alter. Und ich leb immer noch. Hahaha. Hahaha. Meine Fresse. Voll erschrocken. Hahaha. Hahaha. Äh, Entschuldigung. Hahaha. Ach, jetzt haben wir's. Boah. Ja komm, ich hab auch mein persönliches Fahrzeug zerstört, was soll's. Ich hab's ja, das war... Guck mal was hier kommt. Huiiii, hallo. Die bleiben. Die bleiben. Die bleiben. Also, ich hab mal mein Fahrzeug nicht pernolatisiert. Achso. Hab ich nicht gemacht. Ich hab ein neues Fahrzeug, was ich jetzt pimpen wehe. So. Ja, hör auf. Ey komm. Bleibstehen, bleibstehen. Ich bin auch da rein. Bleibstehen, ich bin auch da rein. Bleibstehen, ich bin auch da rein. Ich hab eil dich, Mann. Die Feuerwehrleute kommen doch. Die halte ich doch gerade auf. Ja, warte, Fly. Ah. Scheiße. Warte, 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 warte. Wir kommen schon, wir kommen schon. Bleibstehen. Ja, aber die Feuerwehrleute sind doch auch hinter euch. Die pops mal jetzt alle um, ey. Wie das aussieht. Mann, ey. Alter. Von hier? Ja, ich muss grad die Feuerwehrleute zusammenschlagen. Was ist für den? Da, wo's, äh, krach machen. Ach, da ist der Patrik. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Aua. Komm. Komm, ruf hier. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Ich komm. Die Feuerwehrleute kommen. Die schweil beeilen euch. Ich bin drin, ich bin drin. Gib Gas. Gib Gas. Warum seid ihr denn auf dem Dach? Ihr seid ja fast. Nein, ich weiß das nicht. Ja, ich sitz, ich bin da, als ihr da dritten sitzt, ey. Ach, mach die einfach nass, ey. Genau. Guck wie ich das gehört. Ah, so. Jetzt gib Gas. So. So, ihr wisst ja, ne. Alles was, äh, Bullen sind abgefallen, ne. Ja. Jetzt fällt mir wieder dieses Lied ein. Offroad. Ähm. Genau das Lied. Ja, super. Boah. Da hieß dann. Keine Sorge, ich bin Profi hier. Also, ich sing es mal. Oh. Nein. Du singst nicht. Mann. Es wird, schreibt, Jungs, äh, Leute, nicht, äh, Jungs, Entschuldigung. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, egal bei wem. Wollt ihr, dass der Wazerab jetzt nicht mehr singt, bitte ja. Also, also, äh, einschreiben und dann Daumen hoch dafür natürlich, ne. Und da kommt, und da kommt sowas. Oh. Ich will dich singen hören. Und so, ne. Nein, das kommt nicht. Ich kenne, ich kenne unsere Leute, unsere Freundinnen da draußen. Ja, du hättest die Leute nicht. Das sind über 500 Leute, die stehen alle hinter uns. Ja, ja. Oder vor euch, ne. Ja. Ne, genau. Vor dir steht gar keiner. Ja, ja. Weißt du, kennst du noch auf diesen, äh, Fahrten früher, wenn man wusste da, wie ich so irgendwie auf so Klassenreisen oder so? Kennt ihr das noch? Äh. Ich, äh, bin grad hier beschäftigt. Tut mir leid. Ich kann mich grad nicht. Ähm, ja. Kennst du noch? Kennst du noch? Wann sind wir da? Ne, das hat keiner gesagt. Alter, was explodiert denn da hinter uns immer? Ja. Ja, wir haben ja immer direkt, äh, die Joints rausgeholt und den Alkohol auf den Tisch gestellt, wa? Also, ich muss mal pipi. Ne, das, ach, das war ganz früher. Ja. Aber ich, aber ich muss ja dazu sagen, ich bin ja meistens auf so Urlaubsfahrten eh immer eingepennt im Auto hinten. Ja. Ja gut, das hab ich auch immer gehabt. Ne, wobei hinten wurde mir immer schlecht. Stimmt, mir wurde immer echt schlecht. Ne, ich hatte immer dieses Phänomen, immer wenn ich auf dem Beifahrersitz hab, ich bin irgendwann so eingeknackt, ey, weil ich konnte wieder schlafen. Ja, Beifahrersitz ist richtig. Ja. Ihr unterhaltet euch gut, ja? Also, ne? Ja, du fährst doch. Ihr habt ja nichts zu tun, ne? Ja. Nö, nö, du fährst doch. Okay. Na dann. Ne, liest mal den Hubschrauber bitte ab. Ne, hinten war mir auch immer schlecht, nur vorne, ey, ich bin ja auch mal recht eingepennt. Ja, das ist einfach so. Das sieht aber heute noch. Kann dir mal bitte schießen? Ja. Moment, ey. Wie macht man das? Ja, wenn du so dumm fährst, kann ich nicht schießen. Ich halt doch jetzt die Karte ruhig. So, hab mal den Heli ab, ey. Wo ist denn der fucking Heli? Ja, fuck schon. Ach, das ist noch ein Heli? So. Naja, wir haben es in drei Sterne. Ja toll, da komm ich doch niemals hin. Ja, ich auch nicht. Egal, erzähl weiter, ich hör dir zu. Oh, Leute. Ne, warte, jetzt guck ich mal, dass ich hier im Rücken so konzentriere bin. Oh, der ist abgestürzt. Der fahr mal aufs Feld. Bam. Scheiße, doch nicht weggebliegt. Fahr mal aufs Feld. Welches Feld? Ja, hier rechts. Hier rechts. Da kannst du nicht hinfahren, Mann. Ja, aber scheiße, wir wären die eh nicht los. Alter, vier Sterne. Mach weiter, mach weiter. Jetzt wirds echt. Hier, Offroad. Juhu. Juhu. Liebe Freunde, unsere ursprüngliche Planung sah eigentlich etwas anders aus, aber irgendwie driftet das alles immer wieder auf Feuerwehrwagen und Cops ab. Ja, also der Fly hat das gerade umgeschmissen. Huiiii. Huiiii. Äh, ja, ich wollte eigentlich ja, eigentlich wollten wir ja noch ein bisschen unsere Waffen aufpumpen, ne. Wir wollten ja ne Pimp-Folge machen. Ne Pimp-Folge. Ne Pimp-Folge. Ne Pimp-Folge. Ne Pimp-Folge. Achso, Pimp-Folge. Achso, was? So, was? Wer? Hä? Alter, wo kommen die ganzen Bullen her, ey? Ich weiß nicht. Ich hab nichts bestellt. Guck mal da hinten, ey. Einmal Döner mit Cops, bitte. Ja. Alter, was haben wir gemacht, ey? Lass uns doch mal in Ruhe. Äh, ey. Äh, ich weiß nicht. Wir kennen schon seit über 50 Folgen, deswegen kommen die Automatik zu. Wir sind schon. Tür zu, Mann. Zieht. Hoch. Wir sind schon the most wanted. Und die Das? Alter, Alter. Wurde Guck dir mal, ob hier irgendwo Rechsam Boots ist oder sowas. Was ich gucke. Aber ich gucke dir. Du, wir sind hier schon komplett ohne Felgen durch die Stadt gefahren mit so'n Feuerwehrwagen. Wir kennen das in- und auswendig mehr, Junge. Das Boot! Das Boot hier rechts! Wo? Wo? Da ist kein Boot. Doch, doch. Das schaffen wir niemals. Das schaffen wir! Komm, halt an! Halt an! Halt an! Scheiße, ich wollte auf die andere Seite fahren! Aussteigen! 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 Schnell! Hau ab ohne uns! Hallo? 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 Ich ersticke! Ja, haut rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Ich ersticke! So, komm! Jo! AF ist drin! Nein, nein, nein! Ich sitz noch nicht! Ich sitz... Jetzt, jetzt, jetzt! Yeah! Und ich bin tot! Oh, wir haben verloren! Oh! Achso, tot! Zwei waren zu doof! Ja, Dream Team hier wieder, ne? Ja, normal! Kinocam, auf geht's! Ey, warte, warte! Nimm mich mal mit! Nimm mich mal mit! Ich komm zurück! Ja, ich glaub ich jetzt doch an, Alter! Äh, Fly, kriegst du die Helis? Äh, Fly, kriegst du die Helis? Achso, ich kann ja schießen! Moment! Warte, ich bin hier! Äh, ich muss gucken was... Ich krieg ja leider keine gute Waffen, ist das Problem! Ach, fuck! Ich krieg nur ne scheiß Gun und ne Shotgun bringt mir nix, glaub ich! Wo ist denn ne Heli? Da oben! Wow, die haben sich grad selber berammt! Ja! 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 Ja!